Heute ist der 22. Dezember. Papa, mach mal das Türchen auf. Dann wollen wir doch mal sehen. Für dich, Karl. Lass mich in Ruhe. Deine Frau. Was? Moment, gib mal rüber. Ja, was gibt's? Was? Hast du ein Datum heute ist? Ja, weiß ich, klar, Weihnachten. Was meinst du, warum ich hier sitze? Was? Wer vermisst mich? Deine Mutter. Natürlich hab ich ein Geschenk für sie. Gib ihm einen Rasierer. Was meinst du mit gefühllos? Ich habe Gefühle. Und was für Gefühle? Ich hab Kopfschmerzen von dem ganzen sentimentalen Getut zu Weihnachten. Was sagst du? Fest der Liebe? Ja, ja. Und jetzt soll ich dir wohl auch noch was singen, was? Noch ein Bier. Moment. Jetzt hat sie mich an meiner Ehre gepackt. Play it again, Sam. Und wenn ich dich mal küss, das ist gewiss, das Letzte, was du von mir kriegst. Ja. Bevor ich mich verpiss. Jawohl. Fuß fest und grüß Mutter. So, wo ist denn jetzt das Bier? Tschüsschen zu. Tschüsschen. Tschüsschen.